Ich war am Samstag Nachmittag am Lister Weststrand an der legendären Bambus Bar bei Wolfgang, dem Bruder des verstorbenen Bambus Klaus. Wolfgang erfüllte einen großen Wunsch seines Bruders Klaus und übernahm Anfang der Saison die Bambus Bar. Wie waren die vergangenen Monate auf Sylt? Die erste Saison war sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen die erste Hälfte der Saison, weil das Wetter plus die traurige Stimmung, die ich nun mal habe und Elli auch uns schon echt zugesetzt haben. Seitdem der Sommer dann gekommen ist, wurde es täglich besser und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, wenn wir das alles mal ein bisschen verarbeitet haben in Ruhe, wirklich gut drauf sind und dann noch mehr für die Leute hier tun können, als wir dieses Jahr, glaube ich, doch schon geschafft haben. Es geht also weiter mit der Kultbar an der Bushaltestelle. Das dürfte viele Fans freuen. Also ist die Bambus Bar auch im kommenden Jahr geöffnet. Weißt du schon ab wann? Ende April vermute ich mal. Wer bis April nicht auf die Gastfreundschaft von Wolfgang und seiner Frau Elli verzichten möchte, kann nach Hintertal in Österreich fahren. Dort bewirtschaftet Wolfgang in den Wintermonaten eine Skihütte. Alle, die das nicht schaffen, müssen sich bis ins nächste Jahr trösten oder nochmal schnell vorbeikommen. Wolfgang, weißt du schon, wie lange ihr jetzt noch hier seid? Wahrscheinlich so lange, der Surfcup uns nur ein wunderbares Wetter beschert. Weißt du schon. Wir sind noch ein paar Schmerzs? Ich bin noch eh, was gar nicht so lange. Wie lange haben wir hier in der Fertur des Schmerz? Schmerz ganz, man kann mich über ihn so sagen. Ich bin noch nicht so lange, wo ich hier die Direct1 hier bin. Nicht so lange nicht so lange, wo ich die Schmerz. Vielen Dank.